Schlagkräftiger Clip. Im türkischen Siede hat Schmidt Media für den Versicherer der deutschen Olympiamannschaft Zurich einen neuen Internetspot produziert. Die Beachvolleyballerinnen Katrin Holtwig und Ilka Semmler sind die Gesichter der Kampagne. Macht mit und gewinnt einen Fernsehdreh mit uns. Wir freuen uns auf euch. Goldene Momente. Hier sollen 2014 große Erfolge gefeiert werden. Im Deutschen Haus in Sochi. Wir gehen diesmal schwerpunktmäßig in die Berge, dort wo das Herz unserer Wintersportmannschaft mehr oder weniger schlägt, weil natürlich ist da oben Ski-Alpin, da sind die nordischen Wettbewerbe, Bob und Schlitten, Skispringen. Noch bekommt man im Restaurant Polyanka russische Spezialitäten. Ganz deutsch geht's dann bei den Olympischen Winterspielen zur Sache. Schließlich ist das Deutsche Haus wieder der Treffpunkt für Athleten, Politiker und Sponsoren. Schmidt Media ist schon seit dem Jahr 2000 offizieller Medienpartner des DOSB. Wichtige Termine. In der Toskana ist die Europäische Stiftung für Medienoptimierung zur Frühjahrsklausur zusammengetroffen. Dort wurde das Programm für die kommenden Monate festgelegt. Neben den regelmäßigen Akademieveranstaltungen in Italien sollen jetzt auch Seminare in Frankfurt und Berlin folgen. Unbedingt vormerken. Der vierte bis sechste Juni. Ein Workshop mit Professor Tenderich zum Thema Transmedia Branding. Schöne Aussichten. Schmidt Media expandiert weiter. Beim Umbau der Unternehmenszentrale in Nierstein blieb keine Wand mehr stehen. Und es hat sich gelohnt. Die neuen Arbeitsplätze erstrahlen in frischem Glanz. Kommenden Monat geht der Umbau dann in der oberen Etage weiter.